Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Hechingenstein am vergangenen Sonntag hat jetzt ein Brandsachverständiger die Ursache festgestellt. Wegen der niedrigen Temperaturen wurden die Holzöfen im alten Bauernhaus intensiv beheizt. Die heißen Rauchgase setzten den im Kamin abgelagerten Glanzruß in Brand. Ein Kaminbrand war die Folge. Der Funkenflug entfachte ein neues Feuer im Dachstuhl. Der Sachschaden beträgt 57.000 Euro.